Was soll ich denn jetzt tun gleich? Ja, du musst den abballern mit dieser Special, Muni. Ich hab die nicht mehr, auch jetzt nicht nach dem Speicherpunkt. Ach, dann renn einfach durch und mach hier die Tür auf. Achso, jetzt bin ich erstmal hier wieder an den Tor, wo die alle kommen. Wenn dieser Krüppel kommt, dann renn einfach geradeaus und mach die Tür auf. Ich hasse es, diese Musik ist die ganze Zeit. Deswegen ist man da so auf der Hut. Oh mein Gott, total verrückt. Ah, hier ist das Maschinengewehr wieder. Jetzt kommt er hier gleich. Wo läuft dann? Wo geht's dahin? Dann einfach an ihm vorbei, die Tür aufmachen. Da machst du dann wieder so einen Knopf drücken. Oh mein Gott! Alter! Da kommen wir noch mehr! Ja genau, aber du kannst halt nicht ballern mehr, hast du gesagt. Oh mein Gott! Deswegen geht durch die Tür durch, da kommen voll viele noch. Wo soll ich denn hin? Durch die Tür da durch, einfach da den Knopf drücken. Ja, ich bin jetzt hier durchgegangen. Da kommt ja so ein... Er verfolgt mich. Ich weiß, Schatz. Vor mir auch wieder so ein Fettsack, was ist das denn? Er ist auf den Boden gefallen. Ja, du musst den auch... Krass, der liegt da so. Explodiert. Okay, ich bin entkommen vor den anderen. Wo bist du jetzt genau? Geh... Weiter! Hier kommen mal ganz viele. Hier ist kommt wieder so ein Wichser. Alter, das ist so verrückt. Genau, geh erstmal weiter, bis irgendwo was speichert. Geradeaus, oder was? Ja, genau. Einfach immer weiter geradeaus. Hier sind ja ganz viele Gänge. Ja, jetzt sehe ich auch gerade, dass es hier nach links geht, oder geradeaus? Hier sind so Kisten. Oh, scheiße, Mann. Ja, bei mir sind auch Kisten, aber da kommen die Mistfächer hier. Ich bin in der Sackkasse. Ach du meine Güte. Antike Münze. Achso, man kann die, glaube ich, hauen mit der Waffe, wenn man nah dran ist. Steht da so, ne? Oh mein Gott! Ich bin tot. Ja, ja. Ja, Mann, die haben mich in der Sackkasse zu dritt zusammengeschlagen. Alter. Ich bin ein Stück weit da vorne, auf jeden Fall. Scheiße, dass ich nicht diese Scheiß-Moni da habe, Mann. Ja, genau, jetzt habe ich aber auch keine mehr. Ich habe jetzt keine mehr, weil da kam noch mal so einer. Hier ist eine Antike Münze. Krass, wenn man da so weitergelaufen ist. Und hier ist unten so ein Dietrich oder sowas. Scheiße, hier ist die Sackkasse wieder. Total krank. Diese Geräusche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele kommen denn hier? Das ist doch total unglaublich. Ich höre die ganze Zeit immer noch so ein Scheiß-Rascheln von den Leuten. Ich höre die Sackkasse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo geht's hier hin? Die Scheiß-Tür auf. Kranke Scheiße. Alter, die verfolgen mich immer noch. Ich renne jetzt hier einfach weg. Das ist total krank. Hier, speichert's. Ich bin durch. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Da sind ja noch mehr. Wo bist du? Warte. Dann bist du schon viel weiter bestimmt. Ich bin da hinten so durchgegangen. Warte. Hier ist eine verschlossene Tür. Ich habe nochmal die Tür aufgemacht. Jetzt sind sie weg. Hier ist so eine Leiche vor mir. Hast du auch schon so eine antike Münze gefunden? Ja, ich glaube schon da irgendwo. Ach so, jetzt hier so eine Tür zum Aufmachen. Da hinten durch, genau. Genau, habe ich jetzt gemacht. Ich gehe geradeaus. Hier kann man wieder an so ein Rad drehen. Ah ne, mache ich auf die Tür. Ich mache die Tür auf. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wo der Clowns Kopf ist. Ne? Alles die Tür? Ach ja, genau, stimmt. Jetzt kommen wir hier wieder raus, gerade. Jetzt haben wir doch hier einen Dietrich bekommen. Ich mache das jetzt mit dem Dietrich auf. Ah ne. Passt nicht in das Schloss. Wir haben auch keinen Dietrich. Na, ich habe einen Dietrich gefunden. Zurück, ne? Dann da rechts. Davon da kamen wir. Ah, total krass. Ne? Ja. Einmal so durch. Dann gehe ich jetzt die Treppen da hoch. Die Treppen da hoch? Welche Treppen da hoch? Ich bin jetzt hier runtergegangen. Wieder durch, wo das so alles so verseucht ist. Ne, da hinten ist doch noch eine andere Tür. Ach so. Wo der Clowns Kopf ist. Wo der Clowns Kopf ist, ist eine andere Tür. Da ist ja noch eine andere Tür in dem Raum, da hinten. Von wo wir kamen. Ganz am Anfang. Aber mit so einer Kurbel dran, ne? Genau. Genau, dann mache ich die auf. Und da geht es die Treppe hoch. Ja, stimmt. Genau, hier ist eine Treppe. Dann lass doch mal da hoch, oder? Genau, ich renne hier gerade hoch. Ach so, dann sind wir wieder in diesem Platz. Und dann können wir da speichern. Ah, jetzt haben wir doch Nachtsicht. Und Nachtsichtgerät haben wir jetzt für den anderen Raum hier links. Genau, und speichern kann man jetzt auch. Das ist gut. Total krank war das da drin. Ja, Mann. Ich wollte mal pissen. Speichern. Ah, kommt da nicht. Oh, no.